Hallo liebe Freunde von Völkerfreundschaft. Heute müssen wir mal wieder über den großen Stolz der westlichen Welt sprechen, der uns jeden Tag mit der großen Keule um die Ohren gehauen wird. Ihr wisst schon, unsere Werte, Demokratie, Menschenrechte, Meinungsfreiheit. Je genauer man aber hinschaut, desto leerer werden diese Worthülsen, bis sie nur noch elitäre Codewörter sind, mit denen sich jene, die dazugehören, von denen abgrenzen, die nicht dazugehören. Während also Israel weiter Massenmord an den Palästinensern begeht, bemühen sich die Herrschenden in der westlichen Welt, in den imperialistischen Zentren, darum alle, die sich dagegen wenden, mundtot zu machen. So ist es nun auch unseren Freunden von Palästina-Solidarität Duisburg ergangen. Am Morgen des 16. Mai führte die bewaffnete Staatsgewalt auf Befehl des Innenministers Reul in mehreren Wohnungen Razzien durch und beschlagnahmte Vereinsgelder. Während dies geschah, wurden die großen Medien mit Lügengeschichten gefüttert, die sie bereitwillig verbreiten. Sie seien Israelhasser, Antisemiten, Terrorunterstützer und sie richteten sich gegen den Gedanken der Völkerverständigung. An Lächerlichkeit sind diese Lügen kaum zu überbieten, denn es ist der deutsche Staat, der seit November die Terrorlieferungen an Israel, pardon, ich meine natürlich die Rüstungsexporte an Israel verzehnfacht hat, um Israel beim Genozid an den Palästinensern noch effizienter zu machen und den Zionisten den Rücken freizuhalten. Nicht ohne Grund hat Nicaragua die Bundesrepublik Deutschland genau dafür wegen Beihilfe zum Völkermord vor den Internationalen Gerichtshof gezerrt. Israel ist der Vorposten der NATO im Nahen Osten. Er wird vom kollektiven Westen mit allen Mitteln geschützt, denn wenn Israel fällt, dann wackelt auch die gesamte Vorherrschaft des Westens über den Rest der Welt. Es würde allein psychologisch die falschen Signale aussenden, dass ihre Macht nicht unbeschränkt ist. Falsch wären diese Signale freilich nur für die Minderheit von Milliardären, Konzernen und ihrem Anhang in der Politik, die von diesem Herrschafts- und Unterdrückungssystem profitieren. Darum ist ihre Angst vor einer breiten Palästina-Solidarität auch so groß. Darum wird mit derartig harten Mitteln versucht, ihr Wachstum einzudämmen. Darum werden Studenten brutal von der Polizei verprügelt, werden rechte Schläger zu den Universitäten geschickt, um die Camps an amerikanischen Universitäten aufzumischen und darum werden auch solche Razzien durchgeführt wie nun in Duisburg. Das Ziel ist Einschüchterung, psychologischer Druck, Ausgrenzung, Isolation, Entlassungen am Arbeitsplatz, Verlust der Wohnung und Schluss letztendlich Entfremdung von Familie und Freunden. Es soll ein Keil getrieben werden zwischen angeblich zu radikalen Demonstranten und den Normalos, die damit nichts zu tun haben sollten. Die Bewegung soll an den Rand getrieben werden, statt eine immer breitere Zustimmung zu finden. Fällt euch etwas auf? Stellt euch vor, unsere Medien wie ARD, ZDF, Spiegel und Bild würden darüber in einem anderen Land berichten, sagen wir mal in Russland, China, Kuba, Iran oder Nordkorea. Wie würde diese Berichterstattung wohl klingen? Regimegegner werden von Regierungstruppen angegriffen, es herrscht Angst, keiner will darüber reden. Die meisten Medien sind regierungstreu und geben nur die Regierungspropaganda wieder. Das Bild, das uns die Medien von anderen Ländern vermitteln, trifft vor allem auf sie selbst zu, ohne dass sie es selbst erkennen wollen. Sie sind längst keine kritischen Begleiter mehr, sondern Mittäter, die mit den Vollstreckern in Politik, Justiz, Wirtschaft und Polizei gemeinsame Sache machen, statt sie zu kontrollieren. Sie sind auf Du und Du mit den Mächtigen und verteidigen ihre Interessen in den Medien und schaffen diese Wirklichkeit selbst mit. Selbstkritik und Selbstreflexion über diese eigene Rolle ist innerhalb von diesem Geflecht von Vetternwirtschaft, in dem eine Hand die andere wäscht, verdammt selten. Blöd nur für unsere Medien, tun das dafür andere Medien, die nicht aus der westlichen Blase stammen. TikTok beispielsweise hat nicht die gleichen Zensurfilter wie Facebook oder YouTube und lässt eine deutlich weitere Verbreitung der Palästina-Thematik zu, statt sie zu begrenzen. Und oh Wunder, wer hätte es gedacht, das Verbot in den USA steht schon kurz vor der Tür. Es trifft nicht nur TikTok, sondern auch andere Medien, mit denen gegensätzliche Ansichten in nennenswerter Zahl verbreitet werden. Russia Today wurde schon länger im Westen verboten und ist nur noch über Umwege aufrufbar. Auch dieses berichtet in seiner englischen Ausgabe recht objektiv über Israels Schandtaten. Telegram ist ebenfalls ein Netzwerk, in dem weit weniger gefiltert wird, als wir es von den Silicon Valley-Konzernen gewohnt sind. Auch hier wird bereits mit dem Verbot gedroht. Israel, die angeblich einzige Demokratie im Nahen Osten, ließ den arabischen Sender Al Jazeera auf Befehl der Regierung abschalten und setzte dies durch Polizeimaßnahmen durch. Wir halten also fest, jene, die den Gedanken der Völkerverständigung fördern wollen, werden in dieser Bundesrepublik und allgemein im Westen zensiert und repressiert. Jene, die für die Aufrechterhaltung der Unterdrückungsherrschaft sind, werden hofiert. Es gibt die Legende, dass nur an den linken und rechten Rändern der Gesellschaft Extremisten existieren würden. Ein schreckliches Ereignis beweist, wie wenig dies stimmt. Vor wenigen Tagen wurde der slowakische Premierminister Robert Fico mit mehreren Schüssen niedergestreckt und er schwebt nach wie vor in Lebensgefahr. Der Attentäter war politisch motiviert. Doch welche Ideologie lag ihm zugrunde? War er ein radikaler Linker, ein typischer Faschist oder ein Islamist? Nein, er war proeuropäisch und Unterstützer der Ukraine. Laut Aussagen des slowakischen Innenministeriums ärgerte ihn besonders, dass die slowakische Regierung gegen Waffenlieferungen für Kiew war. Daran sieht man, selbst Regierungschefs leben gefährlich, wenn sie sich vorsichtig für Völkerverständigung einsetzen, statt sich für den Kreuzzug der westlichen Welt gegen Russland einspannen zu lassen. Und da ist Herr Fico gerade nicht der Einzige. Auch in Georgien hat sich die Regierungspartei entsprechende Gedanken gemacht. Wie wäre es, wenn wir einfach mal normale Beziehungen mit Russland ausprobieren und uns dem Westen nicht als antirussischer Frontstaat andienen? Das Ergebnis dieser Überlegungen sehen wir gerade in Tiflis auf der Straße. Prowestliche Demonstranten randalieren auf der Straße. Ihr Vorwand ist ein angeblich pro-russisches Gesetz, das Non-Governmental Organizations, kurz NGOs, dazu zwingen soll, ihre ausländischen Geldgeber offen zu legen. Ein Gesetz, welches es in wesentlich härterer Form, zum Beispiel in Großbritannien, Israel, Kanada und natürlich den USA selbst gibt. Natürlich, und das ist hier der Punkt, richten sich deren Gesetze gegen, wie es heißt, ausländische Agenten, primär gegen Russland und China. Aber Moment mal, denkt sich der Werte Westen, meint die georgische Regierung mit ihrem neuen Gesetz etwa uns, den heiligen Westen, der nur Gutes bringt? Wir von Völkerfreundschaft könnten es gut verstehen, denn diese NGOs sind gelinde gesagt nicht gerade dazu da, den Gedanken der Völkerverständigung zu fördern. Man kann es sich nicht mehr ausdenken, es wirkt schon zu klischeehaft, aber Sponsor dieser provestlichen Demonstranten ist mal wieder ein alter Bekannter. Die Open Society Foundation unseres guten Freundes George Soros. Frei nach dem Motto, und täglich grüßt das Murmeltier, wird in Tiflis gerade das gleiche Drehbuch abgespielt, das sich 2013 mit dem Maidan in Kiew ereignete. Westliche Politiker erklären sich mit den armen provestlichen Demonstranten solidarisch und gegen die georgische Regierung wurden bereits Sanktionen angedroht. Ganz wie wir es vom Maidan in Kiew kennen, haben sich bereits die drei Außenminister der baltischen Staaten zu den Protesten in Tiflis dazugesellt. Da fehlen wirklich nur noch die berühmten Kekse, die einst von westlichen Spitzenpolitikern in Kiew verteilt wurden. Es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis uns Uschi von der Leyen mit ihrem höchst unsympathischen Streberenglisch wieder Demokratie und Menschenrechte erklärt und auch Frau Baerbock in Georgien aufmarschiert. Wenn es nicht so bitterernst wäre, könnte man darüber lachen. Damit nicht genug haben unsere westlichen Herrenmenschen, pardon, ich meine natürlich Experten für Völkerverständigung, im Moment noch mehr Sünden auf dem Kerbholz. Die Insel Neukaledonien liegt östlich von Australien, gehört aber politisch aufgrund seiner zweifelhaften kolonialen Vergangenheit zu Frankreich und gehört ihm als ein sogenanntes Überseeteritorium an. Die Ureinwohner dieser Insel sind davon wenig begeistert und würden ihre ehemalige Kolonialmacht gerne loswerden. Um das zu verhindern, hat der französische Staat sich etwas ganz Feines ausgedacht. Das Wahlrecht soll auf die hinzugewanderten Franzosen aus Europa ausgedehnt werden, die mit großer Wahrscheinlichkeit immer gegen die Unabhängigkeit stimmen würden. Diese dreiste Trickserei kam bei den Ureinwohnern erwartungsgemäß nicht so gut an und führt gerade zu entsprechenden Protesten gegen die französische Zentralmacht. Um den Aufstand zu unterdrücken, hat Frankreich Truppen an das andere Ende der Welt verlegt. Man kann sich natürlich fragen, warum ist Frankreich, diese Insel, mit gerade mal 270.000 Einwohnern überhaupt so wichtig? An reiner Menschenliebe oder der heute schon öfter erwähnten Völkerverständigung wird es offensichtlich nicht liegen. Dann schon eher daran, dass in Neukaledonien das viertgrößte Nickel-Vorkommen der Welt liegt. Klar, da wären demokratische Unabhängigkeitsbestrebungen natürlich von Nachteil, da muss der französische Staat bei der demokratischen Willensbildung ein kleines bisschen nachhelfen. Schließlich stünde neben den Rohstoffvorkommen auch die französische Militärbasis auf dem Spiel. Wir von Völkerfreundschaft wünschen der Unabhängigkeitsbewegung allen erdenklichen Erfolg, alle unerwünschten westlichen Truppen von ihrem Territorium zu vertreiben. Die gerechte Sache wird weltweit siegen.